Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und ich bin hier für ein Star Stable Update. Oh mein Gott, Leute! Star Stable hat auf Instagram einen Teaser gepostet und zwar vom, ja, was ist das? Ein Osterdorf auf Wolken, hätte ich gesagt. Ein Osterdorf auf Wolken. Ihr seht jetzt hier schon das Bild. Ähm, ich zeige euch jetzt gleich noch das Bild, das Star Stable auf Instagram gepostet hat. Gucken wir uns auf jeden Fall den Teaser zum Osterdorf im Wolkenschloss, hätte ich beinahe gesagt. Ja, das Wolkenschloss, das Osterwolkenschloss an. Ihr seht hier einen Regenbogen. Ich weiß nicht, ob man auf dem Regenbogen quasi reiten kann, ob man da oben Rennen machen kann. Vielleicht ist es ein Wolkenrennen. Das wäre doch auch super lustig, oder? Aber jetzt hätte ich gesagt, gucken wir uns erst mal den Teaser kurz an. Wahnsinn, oder? Das sieht so toll aus. Oh mein Gott, ich kann es gar nicht erwarten bis Mittwoch. Also ich denke, das muss irgendwas mit den Osterquests zu tun haben, oder? Kann es sein, dass wir jetzt wie im Weihnachtsdorf auch schon ein Osterdorf bekommen und, ja, dass die alten Osterquests ablöst? Das wäre doch der Mega-Hammer. Und wir können anscheinend mit dem Luftballon da hinfahren. Ich hoffe natürlich mit Pferd. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ich bin mega gehypt. Was meint ihr? Was könnte das sein? Kriegen wir da ein Osterrennen? Dürfen wir da Quests machen? Treffen wir den Osterhasen in den Wolken? Was hat es auf sich mit dem Regenbogen? Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten, bis endlich Mittwoch ist. Ja, wir melden uns auf jeden Fall am Mittwoch zurück und schauen uns gemeinsam dann auf jeden Fall die Osterquest an. Ja, ich hoffe, dass es die Osterquest ist, weil wenn jetzt keine Osterquest kommt, dann wird es schwierig, gell? Weil wir haben ja schon bald Ostern, ja. Ja, dann war es das schon wieder von dem kurzen Teaser-Video von Star Stable. Star Stable nennt es SSO Dream. Und ja, es sieht auf jeden Fall super, super traumhaft aus. Und ja, schreibt es mir in die Kommentare. Was denkt ihr? Was können wir in den Wolken machen? Seid ihr aufgeregt wie wir? Freut ihr euch auf Mittwoch? Schreibt es mir in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen. Servus! Tschüss! 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 Vielen Dank.